Wenn du Carrefour in ein Wort beschreiben würdest, was würdest du sagen? Sensationell! Du fangst nicht zu Hause! Wenn du Carrefour in ein Wort beschreiben würdest, was würdest du sagen? Sensationell! Du fangst nicht zu Hause! Sensationell! Okay! Mit! 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 Jetzt mach nochmal! Die erste, die zweite! Du fangst nicht zu Hause! Ich kann mich auf den Postmen und ich hätte einen Nikon fast. Ich werde mich auf den Klang überlegen, wenn ich meine Schlange nicht so lang. Ich werde mich auf den Türkei zu führen, ich werde mich auf den Tag. Ich werde mich jeden Tag abschießen. Ich werde mich auf den Weg und ich werde mich auf den Tag gehen. Bist du bist, du bist? Biji! Biji! Oh du musst schauen. Ah, selim agen! Selim agen! Selim agen! Selim agen! Schaffen! Woll schoffen! Woll schoffen! Oh. Dann sagen wir mal hier. Ich schneide dich so. gut Wut? Die sind doch schön. Wut? Die sind doch schön. Wut? Wut? Du hast keine Angst. Wut? Du musst. Wut? 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 Das war der Wetter, der von Juppie da, wo man dort mal einen Schuppen hat. Ja, doch, ja. Der sagt, nein, ich glaube, der Schuppen, das ist ein guter Recht. Ja, du. Brauch! 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 Re chyba Ich bin dieAH ですね Also, wenn du Carfuri ein Wort beschreiben möchtest, was du sagen würdest? headquarters Ich brauche dich zu lassen.